Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alicia Online Fohlen. Ja, natürlich geht es heute wieder ums Züchten. Und zwar werden wir gucken, ob wir noch eine Rappen rausbekommen oder eventuell einen Schimmel. Ich lasse mich mal überraschen. Ja, ich stehe hier schon mit Schattentanz, beziehungsweise wir sind schon mal zum Ei gelaufen. Denn mein Ei ist fertig zum Schlüpfen und ich bin gespannt, was drin sein wird. Bitte einmal schlüpfen. Bestimmt ein Kristall. Nein, ein zweiter Fuchs. Yay, in blau. Ach cool, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ja, einmal bespüren bitte. So, aber ich denke, ich werde trotzdem was anderes nehmen. Haustier, Moment, jetzt muss ich mal gucken. Ah, da ist er. Da ist er neu. Ach, wie schön. Ja, der gefällt mir optisch tatsächlich ein bisschen besser als der Korbwaschbär. Aber der ist natürlich auch noch viel schöner, der Wandererwaschbär. Warum nehme ich den eigentlich nicht mal? Ich beschwöre mal den Wandererwaschbär. Also, ich habe sogar noch ein einziges Ei. Und das lege ich mal in die Brutstation. Das ist ja dann schnell ausgebrutet. So, hier. Ich habe ihn mir noch nie so richtig angeschaut, muss ich sagen. Den habe ich schon recht lange. Aber so wirklich angeschaut, habe ich noch nicht. Ja, was ich jetzt aber erstmal machen werde, schnell mal Schattentanz auf Zuchtstufe 1 bekommen. Und da muss ich ein Pferd entlassen. Und das wird heute Antonia sein. Wir werden heute mal versuchen, einen neuen Antonia-Satz zu bekommen. Natürlich dann auch eine Rappen. So, und ich habe Schattentanz direkt mal auf Zuchtchance 2 gebracht, weil die relativ dicht beieinander waren. Und ja, Vertrauen habe ich nochmal. Ich habe mir einfach mal das ganze Programm gemacht. Kann nicht schaden, ist nur gut. Und ja, wir werden jetzt einmal in die Zucht reingehen. So, einmal in die Zucht. Ich habe mir schon ein paar ausgesucht, weil es wieder leider nicht so viel Auswahl gibt wie sonst. Aber egal. Wir werden mal gucken. Ich muss erst noch ein Pferd entlassen. Wie gesagt, das ist heute Antonia. Einfach nur aus dem Grund, weil die Abstammung plus 2 ist. Und hier die Abstammung plus 7. Ansonsten waren die Werte komplett gleich. Außer, dass die Gesamtwerte bei Schattentanz ein Punkt niedriger sind. Aber ich hoffe, dass das neue Antonia-Pferd dann besser wird auf jeden Fall. Wir werden sehen. Ansonsten waren sie halt total gleich. Also, tschüss Antonia. Schön war es mit dir. So ein süßes Pony eigentlich. Aber das heißt ja nicht, dass es keine neue Antonia geben wird. So. Die sind halt leider alle momentan sehr, sehr teuer. Außer eine Stufe 7 Pferd. Das würde noch einigermaßen funktionieren. Aber ich werde es mal... Am liebsten würde ich es direkt mit einem teuereren versuchen. Das ist halt echt... Ich habe nicht mehr ganz so viele Karotten. Also ja, ich weiß, es sind viele. Aber bei 40.000 sind es halt echt nicht so viele Versuche. Ich mache es einfach mal mit 40.000 auf... Daraufhin, dass vielleicht das Ganze etwas schneller geht. Und ich damit nicht so viel verbrauche, als wenn ich jetzt ein 20.000er nehme mit plus 3. Ich versuche es einfach mal, weil die Kontrollwerte bei denen hier sind natürlich sehr, sehr gut. So, jetzt muss ich einmal gucken. Ich muss natürlich Antonia auch entlassen und nicht wechseln. Ich habe mich gerade ein bisschen gewundert. Okay, jetzt aber. Jetzt kann es aber losgehen mit Schattentanz. Ich bin gespannt. Drückt mir die Daumen. Dass es schnell wie möglich ein Pferd rauskommt, das wir behalten können. Am besten mit langer Mähne. Yay! Und das erste Pferd ist tatsächlich eine Rappe. Mit hellbraune Mähne. Finde ich schon mal sehr, sehr schön. Gesamtwerte 90 mit 170. Leider nur 170. Das ist natürlich schade. Mit 170 Antonia. Ich gucke trotzdem mal, wie Antonia aussieht. Also mal gucken. Lang, Rappe, lang und dick, plus 9. Antonia, Mensch, herzlich willkommen. Gesamtwerte natürlich nicht so gut. Kann man ganz ehrlich sagen. Da wäre natürlich besser, wenn noch ein paar 9 Punkte dazukommen würden. Aber auf jeden Fall muss ich Antonia nun erst einmal behalten. Und dann werde ich wohl mit Antonia noch einmal weiter züchten. Und dann einfach nur, dass die Gesamtwerte für Karneval dann besser werden. Das ist mein einziges Ziel jetzt. Und ansonsten hätte ich Antonia als Traumpferd jetzt behalten. Nur die 170 gefallen mir halt nicht so ganz. Kontrollwerte und alles finde ich total okay. Ist total super. Also da kann ich wirklich nicht meckern. Die Gesamtwerte wären jetzt halt nur das, was ich noch verbessern könnte. Ich könnte sie jetzt auch wieder wegschicken. Aber ich denke, ich werde sie jetzt erst einmal dann in die Zucht stellen. Damit ich ein paar mehr Karotten dazu bekomme. Und ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt so schnell geht, dass sich das doch lohnt, das Pferd einmal komplett zu pflegen. Ja, das ist natürlich doof. Am liebsten würde ich jetzt noch ein Pferd entlassen. Ich würde mit Schattentanz eigentlich total gerne weiter züchten, muss ich sagen. Ich tendiere fast dazu, Windschatten nochmal zu entlassen. Weil ich mit Windschatten irgendwie so gar nicht zufrieden bin. Fragt mich nicht warum. Ich habe momentan eher voll den Spleen auf Rappen. Und natürlich Kohlsrabe ist natürlich schon mal ein super Pferd. Und Schneeflocke. Ich brauche natürlich auch noch ein weißes. Oder ich entlasse wieder Mixi. Hm. Ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, ich entlasse jetzt mal Windschatten. Ist jetzt natürlich alles mega spontan. So eine mega spontane Entscheidung. Eigentlich wollte ich mit Windschatten nochmal weiter züchten. Aber ich weiß nicht warum. Irgendwie sagt mein Gefühl mir heute, mach heute nochmal weiter. Und deswegen kommt Windschatten weg. Das heißt ja nicht, dass es kein neues Windschattenpferdchen geben wird. Ihr wisst ja, ich hole meine Pferde immer wieder zurück. So. Einmal entlassen und dann züchten wir nochmal weiter. Ich finde das total gut. Und ich würde tatsächlich nochmal mit denen züchten. Der hat noch so gute Werte. Zwar teuer, aber die Karotten kriege ich 100 pro mit Antonia dann eh wieder rein. Okay. Gucken wir mal. Daumendrücken heißt das. Dann machen wir heute einfach mal eine komplette Rappenzucht. Da kann natürlich sein, dass jetzt auch nochmal ein weißes Pferd rauskommt. Das haben wir auch ganz oft. So. Oder es kommt einfach mal so ein ganz anderes Pferd raus. Das ist natürlich auch möglich. Und das. Oh. 94 ist aber auch richtig gut. 175 mit 179 hätte ich es behalten. Baby. Ein Baby. Mal kurz gucken. Nur mal kurz. Okay. Dann tut es mir nicht so weh, wenn es keine lange Mähna hat. Natürlich eigentlich super Werte. Ich weiß. Gesamtwerte mit 179. Wie gesagt, hätte ich es behalten. Aber wir haben noch ein bisschen was. Also ich kann noch ein bisschen was riskieren. Und das werde ich auch versuchen, ein bisschen was zu riskieren. Weil es klappt ja total super jetzt gerade mit dem Pferd. Ich hoffe natürlich, dass es auch so bleibt. Und ich meine Karotten nicht total verschwende. Wir werden sehen. Nein, ein braunes. Das gibt es doch nicht. Aber mit weißem Mähna. Werte. Ja, okay. Gibt natürlich besseres. Aber ist okay. Aber nee. Das werde ich auch wieder entlassen. Auch kurz leider. Kurz ist natürlich nicht so schön. Okay. Ein bisschen. Ein bisschen können wir noch. Oh, ich habe so Hoffnung. Das ist halt das. Ich habe so Hoffnung, irgendwie ein richtig tolles Pferd noch rauszubekommen. Und diese Hoffnung veranlasst mich immer dazu, meine Karotten auszugeben. Ah ja. Siehst du? Jetzt fängt es schon an. Jetzt fängt es schon an. Aber. Ja. Und jetzt ist der Pfeil auch schon wieder weiter runter. Aber ich versuche es trotzdem weiter. Eigentlich ist ja nicht so wirklich viel Unterschied. Okay. Mal gucken. Oh. Daumen drücken. Daumen drücken. Daumen drücken. Daumen drücken. Na ja. Okay. Es kommt aber kein Rappe mehr raus. Leider. 84. Haha. Schade. 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 Okay. Wie siehst denn du aus? Sehr kurz. Nein. Wir waren immer sehr kurz. Also das erste war wahrscheinlich doch echt sehr, sehr viel Glück. Wir können es natürlich nochmal mit einem anderen versuchen. Plus neun. 20.000. Hat jetzt nämlich ein bisschen mehr Herzen. Hat ein bisschen weniger Kontrolle. Aber das sollte eigentlich auch gut sein. Und 20.000 damit habe ich noch ein paar mehr Versuche. Machen wir es jetzt nochmal mit denen. Also die koreanischen Namen bringen heute vielleicht ein bisschen Glück. Oh, ein dunkelbrauner. Komm, bitte hab gute Werte. Bitte hab gute Werte. Mehr, mehr. Nein. Oh, schade. Schade. Nur sechs. Na gut. Hätte ja klappen können. Sehr kurz. Leider auch sehr kurz. Obwohl, wie gesagt, bei denen finde ich sehr kurz jetzt nicht ganz so schlimm. Aber nee, das ist jetzt nicht ganz so. Nicht ganz so, wie ich es brauche. Schwangerschaft um 10% erhöht. Sehr, sehr schön. Heute mal ohne Vorspulen übrigens. Aber nur weil ich mein Pferd jetzt so gut gepflegt habe, dass da jetzt relativ viel rauskommt. Oh nein. Als Baby sehen die halt auch ganz niedlich aus, ne? Aber das sind halt gerade so die, die ich nicht ganz so gerne mag, leider. Okay. Flowers. Flowers. Wie siehst denn du so aus? Auch leider kurz. Aber Tigerchecken, wie gesagt, sind leider so überhaupt gar nicht mein Fall. Leider, leider. Ich habe zwar ein bisschen schlechtes Gewissen immer da, aber ja, es ist leider so. Komm schon, noch eine Sappe. Eine Sappe hätte ich heute gerne noch. Nein. Ah, es ist immer diese blöde Hoffnung, die mich weitermachen lässt. Warte mal, wir können es natürlich auch einfach mal mit einem schlechteren Pferd ab. Plus zwei ist natürlich noch schlechter. 20.000. Ich würde es nochmal mit 20.000 versuchen. Damit habe ich dann halt ein bisschen mehr Chancen als mit 40.000. Komm schon. Ich drängte euch an, ihr beiden. Ah, schon wieder ein braunes. Ja, ich glaube, mein Glück habe ich heute wohl schon total ausgeschöpft. Und wenn ich jetzt noch eins mit richtig guten Werten rauskommen würde, dann wäre ich ja schon total zufrieden. Erstmal freilassen. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, was genau ich nun tue. Ich würde so gerne mit 40.000. Aber 40.000 ist so unglaublich teuer. Hier ist auch nochmal 20.000. Mit dir könnte ich natürlich auch nochmal versuchen. Hat halt auch die gleichen Herzen. Aber plus drei war das. Stimmt, das war die plus drei, was nicht so gut war. Okay. Ich schaue noch einmal schnell in die Zucht. Nur auf... Ach nee, Quatsch. Kontrolle war das, ja. Einmal suchen. Oh, hier sieht es natürlich auch gut aus. Oh, schon wieder 40.000. 25.000. 25.000 hinzufügen. Ja. Mega. Habe ich da auch richtig geguckt jetzt? Ich habe immer so viel Vorfreude und dann habe ich irgendeinen Punkt vergessen anzuschauen, der dann doch nicht passt. Nein, warum? Aber goldene Karten. 3.000. Aber 200 Gems. Das ist auch gut. Damit gebe ich mich dann immer sehr zufrieden. Wie siehst denn du aus? Nee, du bist schön. Okay, mit 20.000, 25.000 kann ich leben. Okay, Daumen drücken, Daumen drücken. Das sind jetzt die letzten Zuchtversuche hier. Nein! Warum ist mein Glück dahin? Du bist doch so gut gepflegt, Schattentanz. Und der hat hier super... Ah, jetzt ist er auch schon abgefallen, ha? Nämlich den. Okay, wir schaffen das. Wir schaffen das. Soft Cotton. Nein, schon wieder aber Gold. Naja, das war jetzt nicht ganz so toll. Und auch schon wieder abgefallen. Oh je, oh je, oh je. Muss ich doch nochmal 40.000 nehmen? Nein, wir haben hier auch noch ein 25.000er. Plus 9. Leider, der Schweif ist nicht so schön. Obwohl ich einige kenne, die sehr auf so einen geschnittenen Schweif stehen. Die finden das viel schöner. Als die normalen Schweife zum Beispiel. Yay, es kommt ein cooles Arbe raus. Ach, das finde ich aber auch cool. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Komm, gute Werte, gute Werte, gute Werte. Ach, nicht ganz so gut leider. Oh Gott, wie nenne ich dich denn? Wie nenne ich dich denn? Das ist jetzt eine gute Frage. Lass mich ganz kurz überlegen. Ich nenne dich... Hummelchen. Wie siehst denn du aus? Wollen wir mal gucken? Normal. Ach, schade, normal. Ich werde ihn trotzdem einmal in die Zucht stellen. Dann habe ich zwei Pferde für in die Zucht zu stellen. Und dann gucken wir das nächste Mal weiter. Ist jetzt doch ganz schön alles runtergegangen von den Karotten her, ne? Weil die alle so teuer sind, leider. Oh Gott, ich würde so gerne noch weiter züchten. Oh Gott, du siehst ja auch super schön aus. Aber mit 40.000, das ist einfach jetzt zumindest viel zu teuer. Okay, aber eigentlich relativ erfolgreich, ne? Muss man schon sagen. Wir haben schon wieder eine neue Antonia mit super Werten. Leider nur Gesamtwerte nicht so gut, aber das ist ja nicht so schlimm. Also ich bin echt zufrieden eigentlich. Kann man so sagen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis später und auf Wiedersehen.